Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 216. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich wollte euch schon eine ganze Weile erzählen von meinem neuen Mikrofon, mit dem ich jetzt schon seit, ich glaube, drei oder vier Folgen aufnehme. Ganz einfacher Hintergrund, ich habe jetzt diesen Podcast Koffer, in dem das H6 drin ist, der Mikro- und der Kopfhörerverstärker, ein paar Kabel und eben auch die beiden Headsets, die ich habe. Denn die brauche ich gerade auch in einer ordentlichen reisefähigen Verpackung, weil ich ja immer jetzt zu Tobi fahren muss zum Aufzeichnen, solange der noch nicht in der Lage ist Auto zu fahren. Und wenn wir ja What's in Your Pants aufnehmen wollen, dann findet das gerade bei ihm statt. Und abgesehen davon habe ich gemerkt, sieht es auch einfach auf dem Schreibtisch viel ordentlicher aus, wenn hier nicht zwei Headsets rumliegen die ganze Zeit. Insofern benutze ich jetzt ein Handmikrofon, das mir empfohlen wurde auf einem kleinen Tischstativ. Und zwar ist das das MD421 von Sennheiser. Das hatte ich mal einen Kollegen gefragt, der bei uns als Betriebsingenieur arbeitet, was er mir da empfehlen kann. Und das war eben eine seiner Empfehlungen. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich bin noch so ein bisschen mit dem Ding auf Kriegsfuß, weil ich den Gain ziemlich weit aufdrehen muss, also die Eingangsverstärkung von meinem Audiointerface. Und da nimmt dann das Mikrofon doch eine ganze Menge Nebengeräusche mit, unter anderem auch den Lüfter vom Notebook. Das ist so ein hohes Rauschen, was dann auch zum Teil übrig bleibt, was auch Phonic nicht ganz weggefiltert kriegt. Das ist ein bisschen schade. Und auch sonst Nebengeräusche hier von der Baustelle, da höre ich zumindest so ein bisschen so einen Brummen. Gerade das wird aber in der Aufnahme nachher verschwunden sein. Naja, also das ist jetzt eben so das Neue, weil ich halt die Headsets gerade immer verpackt habe und da auch nicht viel rumräumen will. Das ist mir auch alles zu stressig, ehrlich gesagt. Und für einen alleine reicht das Sennheiser super aus. Das Einzige ist halt, ich muss jetzt mehr Mikrofondisziplin haben. Wenn ich mich bewege beim Sprechen, dann ist halt, dann hört man es halt. Wenn ich jetzt so ein bisschen hier rübergehe, das fällt sofort auf. Oder auch der Abstand ist natürlich wichtig. Also wenn ich weiter weggehe, dann klingt es auch gleich ganz anders, als wenn ich ganz nah rankomme. Das Nah rankommen hat aber einen entscheidenden Nachteil. Ich habe nämlich einen Windschutz auf dem Mikrofon. Das ist der mitgelieferte Windschutz von meinem Aufnahmegerät vom Zoom H6. Und der sieht so ein bisschen aus wie diese Trolle aus den 90er Jahren. Diese Plastikfiguren mit diesen wahnsinnig langen Haaren, die so komische Farben hatten. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Ding damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. Da war Schule noch schwarz-weiß. Aber diese Haare, das ist so ungefähr die Frisur von meinem Popschutz. Und wenn ich jetzt eben entsprechend nah rangehe, dann habe ich zwar besseren Aufnahmepegel, merkt man sofort in der Audio-Software. Aber ich habe eben auch diese Haare zu zwei Dritteln im Rachenraum hängen. Und das macht das Sprechen sehr, sehr unangenehm. Entsprechend muss ich jetzt da noch so ein bisschen dran feilen. Ansonsten technisch bin ich in meinem Studio hier so ein bisschen weitergekommen. Ich habe Akustik-Molltonen an die Wand gebracht. An die eine große leere Wand, die ich noch habe. So ein 500 Gramm pro Quadratmeter gedöhnt. Das ist jetzt soweit fertig. Das war ein bisschen ein Angang. Ich bin halt auch einfach kein Handwerker. Das dauert einfach bei mir eine Weile. Drei Vorhangstangenhalter in der gleichen Höhe an die Wand zu kriegen. Und dass es dann am Ende auch noch gerade ist. Und auch hält in der Wand. Denn die Wände hier bestehen zu 95 Prozent aus Gips, habe ich den Eindruck. Da kommt es also mit einem normalen Dübel erstmal nicht so richtig weit. Und dann ist halt auch einfach so, ich bin da handwerklich einfach nicht so geübt. Und entsprechend habe ich da auch keine Struktur, kein System. Und immer Unordnung auf der Baustelle. Das heißt, ich bin ständig auf der Suche nach einem Bleistift, nach einem Zollstock, nach dies, nach den. Und immer ist irgendwas weg. Da muss ich halt einfach noch, also ich arbeite da seit Jahren dran. Und vielleicht muss ich es auch einfach akzeptieren. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Ja, da bin ich noch dran. Und bin aber an und für sich ganz zufrieden. Ich bilde mir zumindest ein, dass der so ein bisschen die Raumakustik verbessert. Und dann habe ich ja noch einen weiteren Vorhang. Den wollte ich eigentlich in einem Aufwasch anbringen. Aber das war mir einfach zu viel Rumhühnerei. Zumal der dann, also wenn er das zweite Fenster im Raum abdeckt und dessen Reflexionsfähigkeit vermindert und hoffentlich ein bisschen Schall schluckt, dann verdeckt er dummerweise auch die Heizung. Die einzige Heizung im Raum. Das ist im Augenblick noch nicht so wahnsinnig schlimm, weil offenbar das Heizungsventil ohnehin klemmt und die eh nicht heizt. Aber das kann ja auch kein Dauerzustand sein. Deswegen wird sie perspektivisch heizen. Und wenn ich dann eben den Vorhang immer zu habe, kann ich mir das eigentlich auch schenken mit der ganzen Heizerei. Das bringt dann nichts. Also das heißt, ich müsste dann einfach regelmäßig den Vorhang aufziehen. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Aber es ist, wie es ist. Es hilft ja nichts, denn es wird hier doch ziemlich kalt in dem Raum. Gastini und ihr Freund haben hier neulich einen Fernsehabend gemacht. Und als ich abends nach Hause kam, saßen die also hier mit Decke eingemummelt. Und kamen dann aber auch kurze Zeit später runter ins Wohnzimmer und gesagt haben, mein Gott, ist das kalt da oben. Sie ist erstmal joggen gegangen, um sich einigermaßen aufzuwärmen. Und er hat sich dann wirklich vor die Heizung gesetzt, um einigermaßen klar zu kommen. Und ich war ja auch hier oben, um guten Tag zu sagen, als ich nach Hause kam. Und meine Fresse, es war wirklich frisch. Ist einfach so. Ja, das war dieses. Achso, und dann bleibt nur noch das Rosenkohl-Abenteuer zu Ende zu erzählen. Es hat funktioniert. Ich habe Rosenkohl bekommen in Heide im Supermarkt. Da habe ich gleich drei Netze mitgenommen, weil ich dachte, dass wir mindestens zu viert, wenn nicht gar zu fünft, essen würden. Am Ende waren wir zu dritt. Und entsprechend habe ich jetzt noch anderthalb Kilo Rosenkohl übrig. Zubereitung ist so super einfach, wie es im Rezept stand, das ich euch letzte Woche verlinkt habe. Man schneidet einfach das Braune vom Rosenkohl unten ab und die trockenen Blätter kommen weg. Dann halbiert man den, tut den in eine Schüssel, ein bisschen mit Olivenöl durchrühren und dann kommt das auf ein Backblech. Ich habe dann zwei Blätter Backpapier genommen, weil es einfach sehr ölig war. Das war, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Stand auch so im Rezept. Also konnte ich mit leben. Und dann kommt das für 25 Minuten in den Ofen bei 200 Grad. Und in der Zeit machst du die Balsamico-Reduktion ganz einfach mit ungefähr gleichen Teilen Zucker und Balsamico-Essig. Einfach in eine Pfanne verrühren, aufkochen lassen und dann innerhalb von 20 Minuten reduziert sich das so weit, dass es wirklich so eine klebrige, sämige Konsistenz hat. Wahrscheinlich kann man auch einfach fertige Balsamico-Reduktion kaufen, habe ich dann im Nachhinein gedacht. Das wäre wahrscheinlich auch einfacher gewesen. Andererseits das Zeug zusammenrühren, auf den Herd stellen und kochen lassen unter der laufenden Dunstabzughaube ist jetzt auch nicht so die Riesenherausforderung. War ganz im Ernst. Gut, das ist also das gewesen. Dazu gab es wie gesagt Salzkartoffeln, das hat hervorragend dazu gepasst, Rosenkohl und Salzkartoffeln gehen super. Und wir hatten noch ein bisschen Rotkohl übrig vom Vortag und dann gab es noch eine Pilzpfanne. Also einfach Steinpilze und Pfifferlinge mit ein bisschen Rosmarinzweig in der Pfanne anbraten und dann noch ein paar Scheiben vom Kräuterseitling dazu. Ein Gedicht. Hatte das alles gerade einigermaßen fertig, da lief auch die Zeit ab für den Rosenkohl. Also alles vom Backblech in eine Auflaufform geschüttet, Cranberries dazu, so eine Handvoll Mandelstifte und dann eben diese Balsamico-Reduktion drüber, ein bisschen durchgerührt. Ein Gedicht. Echt ohne Witz. Kocht das nach. Wenn ihr Rosenkohl so ein bisschen mögt, machen. Und wenn ihr Rosenkohl nicht mögt, dann macht davon mal eine kleine Portion. Nur mal so zum Probieren. Es lohnt sich. Wirklich. Es lohnt sich. Es ist total gut. Ja. Also heute gibt es wieder Rosenkohl. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen da von allem. Und wir haben eben auch noch ein paar Pilze übrig, die jetzt dann auch langsam mal weg müssen. Damit fange ich jetzt gleich mal an. Das alles vorzubereiten. Die Vorbereitung dauert natürlich ein Weilchen. Das reine Kochen geht dann am Ende relativ schnell. Aber das wird es heute, ich denke mal, zum Mittagessen geben. Ja. Vorhin nochmal schnell zum Laden ein paar Kartoffeln holen. Aber ansonsten haben wir alles da. Damit entlasse ich euch in dieses Wochenende. Ich zeichne aus Gründen heute schon am Samstag auf. Ist eigentlich völlig irrelevant, das zu erzählen. Aber morgen am Sonntag kommt Benni vorbei und wir nehmen die nächste High-Alarm-Folge auf, wenn hier die Temperatur zumindest einigermaßen ist. Sonst setzen wir uns einfach in irgendein anderes Zimmer, das beheizbar ist. Vielleicht ins Bad. Im Bad ist immer sehr schön warm. Das ist gut. Aber klingt auch nicht so gut. Egal. Das machen wir also morgen. Es gibt Sharknado 6 zu gucken. Da freue ich mich schon drauf, was Benni dazu sagt. Ich habe eine ziemlich dedizierte Meinung dazu, die aber auch vielleicht davon beeinflusst ist, dass ich kurz bevor ich das erste Mal Sharknado Teil 6 gesehen habe, The Mac geguckt habe für unsere Zusammenfassung im High-Alarm-Podcast. Und das ist ja ein fantastischer Film. Das ist ja der teuerste High-Film aller Zeiten. Super Effekte, tolle Schauspieler, Rock'n'Roll. Und wenn du danach, aber zwei Tage später Sharknado 6 guckst, dann bist du so ein bisschen unterwältigt. Warum das so ist, das erzähle ich in der neuen Folge High-Alarm-Podcast, die irgendwann in der kommenden Woche erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine fantastische Woche und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Tschüssi!